ja und damit ein großes hallo und herzlich willkommen meine lieben zockerfreunde ja in diesem video geht es darum wir machen einen raumzug mit einem bus ja und ich halte ein bisschen meine gusche aus dem grund weil die anderen du so ein bisschen im hintergrund labern und habe ich mich einfach ein bisschen rausgehalten und schaut einfach mal zu ist überwiegend angekattet und ja viel spaß ich kann dann noch so circa vier minuten warten auf mich ja also marcelo ist schön brav basti so halb brav das einzige was er von familie anhat ist oberteil und mütze die ganze zeit stefan aber joachim du bekommst ein hochverrat und fünf worte dann hast du nein aber wenn dann wenn er die polizei reintötig anrücken würde und die wissen das ja und dann mehrere dort mitmachen dann ist es logisch dass alle weg kommen das ist ja leute es wird auf jeden fall noch mal ein video rauskommen wo ich das ganze ein bisschen genauer erkläre weil das hier nicht so ganz ersichtlich ist deswegen lohnt sich auch unbedingt das video zu liken beziehungsweise eher ein abo da zu lassen damit der up to date zeit es kommen nämlich regelmäßig info videos zu grander p also leute liken und vor allem abo da lassen es kommen jetzt alle ich würde jetzt starten ich starte ich starte jetzt ich starte jetzt ach sofort hat er macht die atm raub auch scheiße nirgendwo ich hatte ich es mir geht es geschafft welcher hat denn jetzt drüben glück ist ja du musst mir gehen ok atm läuft was und ich gestehen nicht mehr ein stern einwand hat ist ein lächerlich sollten also tanzen bleibt ich hab ja auch alle keine masken auf ich hab ja auch Masken auf frag dich wieso wir im Bus haben ihr müsst alle tanzen jetzt ein neuer Range Rover mit welchem tanz denn? Crown Step heißt der den ich habe ihr müsst mir alle neben mich stellen wir müsst Maria beschützen dann ja, falls die kommen die haben gerade Event was bekommt denn eigentlich? wie dann geht das Event? oh, ich höre schon zu gehen ja, okay Vito bist auch da ja, moin ja, komm, die moin, ich stehe mich schon mal rein ey, wenn die kommen, ich steig bei euch ein und wir fahren weg, egal was ist ich hab keinen Bock auf Wanted, okay? also auch ich weiß, aber ich hab keinen Bock auf Knast ja, P ja, dann setz dich bei mir nein, 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 dann hast du die Wendthalben die Sehne, die Sehne im Wendthalben da kommt keiner ne, ich mein, wenn der kommt, trägt er zu mir ah, ihr habt ja gestern schon mal ATM rap gemacht ja wie viel kriegt man da? michael hat das gemacht gestern wie viel kriegt man da? hallo, Busfahrer keine Ahnung hey! die andere müsste ich auch nur so fragen, was machen wir hier mit dem Bus und acht Autos die stehen hier alle mit Ferngläsern und beobachten euch also und ich tanze hier so vor allem, als würde ich ja ausnutzen, dass... was macht, ist das für ein Tanz? das ist Kopfbrechen ne, Kopfbrechen ist nur auf dem Kopf so drehen was ist so? michael macht die die Tanzung, geht's dann gut, steck was die Aufgabe, Busfahren, ich weiß nicht ah, perfekt ich hab wach und guck auf die Polizei ich hab die Waffen oder so? ne ich hab nur Ultramar-Songel, tatsächlich ich seid ihr ausgerüstet, gut ich find dumm, dass die LSP, die jetzt Highspeed-Units hat hat heute auch das M-Dunit-Solles mag das nicht jetzt tanzt er, weil er denkt, ich beobachte wer hat Highspeed-Units? man, LSP und M-D und so alles haben neue Fahrzeuge das find ich voll blöd kann man da noch direkt doch einen ATM raub machen? ja, wir können dreieinhalb von 15 Minuten machen an unterschiedlichen Stellen michael hat immer noch einen michael, hast du noch einen? wie teuer war denn der, war der Wagen äh der Wagen, den hab ich, äh, gezogen äh, Tastensatz kostet 2k, da kauf ich gleich nochmal 2 von 15 Minuten ist der Wert 2,5 Bill ja ja, sonst hätt ich gesagt, ich kauf uns solche, ich kauf uns solche für Kops ok das war M-D digger er hat mir doch keinen Herzinfarkt er hat auch volle Kofferraum Kofferraum-Plätze noch eine Minute und eine Minute 5 noch F-50 1,40 muss gleich mal zum Casino ja, ich muss, ich kann da auch nochmal hin wie lange müssen wir noch gehen? ähm, eine Minute 30 ich hör keine In-Game-Sounds, ich hab die ausgemacht ja, ich muss sagen, beim Koppenkopse kommt ich mach, mach euch mal kurz leiser noch eine Minute, gleich eine Minute noch eine Minute 10 nicht auf mich Marcelo Marcelo Marcelo, lass das hab ich mich grad erschrocken hab ich mich grad erschrocken gut von euch das glaub ich dir sogar ja ich hab der einzige, der ab und zu mal eine fängt, Sebastian das ist so ein Spiel ja, aber das ist ja auch normal und den IS äh, warum schlägst du mich schon? kann man eigentlich währenddessen was abheben vom ATM? ja ihr könnt abheben, glaub ich das macht Sinn, oder? du hast die Boxhandschuhe an, Basti ich hab die auch gezogen, die das ähm, da war alles Pidi FHB meint ich egal das hat dir anscheinend nicht gejuckt ich weiß ich weiß ja, es war halt den FHB ich hab ich kann durch ich kann manchmal durch Autos durchsingen ok, ich hab 4K gemacht, wir kommen weg hier oh, da drüben auch zum ATM gehen wollen wir noch einsteigen? ja, da muss er auch noch an ja, komm ja, Leute, das soll es auch gewesen sein und wie gesagt es folgt nochmal ein ausführliches Video zu dem ganzen Thema also auf jeden Fall ein Abo da lassen ansonsten sehen wir uns mit dem nächsten Video oder nächsten Livestream wieder also Leute, bis dahin und ciao